Herzlich Willkommen Leute hier wir sind es wieder Dope MTB von der Eröffnungsfeier vom Klingentrail wenn ihr euch hier mal mit umschaut sehr viele Leute da wir machen heute ein Video einmal zu ich denke mal fast ein Lines auf alle Fälle werden wir direkt bei der Eröffnung mitfahren und ja sehen uns dann gleich wieder auf dem Bike bis später Bye 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 Untertitelung. BR 2018 This is the dawning of the rest of our lives On holiday If the drug pounded out of time Another protester has crossed a line To find the money's on the other side Can I get another AMA With a flag wrapped around a score of men A gig, a plastic bag or a monument I beg to dream and get there from all our lives This is the dawning of the rest of our lives On holiday This is an upbeat beat This is an upbeat beat Lass uns hier auf der Zeit stehen. Ja kurzer Ortsbecksel hier, wir haben hier tatsächlich leider nicht geblockt, das haben wir total vergessen. Ja, wir sind vom King Trail weg, es war einfach viel zu voll, das seht ihr jetzt was wir sonst noch so machen. So Leute, wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind wieder oben, wir beenden hier den Rock jetzt fürs Erste einfach mal, wenn ihr jetzt noch Szenen seht, wie wir nachher irgendwo eine Treppe runterballern, okay, oder besser gesagt gesehen habt, dann hatten wir da einfach noch Bock drauf. Wir haben aber heute einiges gefahren, King Trail, dann hier Kot in der Busch oder so heißt das, war relativ nice und ja, wir können euch den King Trail auf jeden Fall sehr empfehlen, die Öffnungsfeier war großartig, war nur ein bisschen voll, wie schon gesagt, haltet euch bitte an die Regeln vom King Trail, wird auch extra nochmal darauf hingewiesen, bei Ness ist das Fahren verboten, genauso wie bei Dunkelheit und ansonsten, danke fürs Zuschauen, haut rein, euer Dope Team, bis bald.